So, jetzt sieht man hier sehr schön noch die Schreckfärbung. Der ist deutlich heller am Rücken, der einzelne, den ich noch dazugesetzt habe jetzt. Und der sucht sofort seine Artgenossen auf, schwimmt mit denen. Und ich denke, in ein paar Minuten kann man nicht mehr unterscheiden, welcher dazugehört, beziehungsweise welcher von diesen beiden dreien oder insgesamt zehn Stück neu ist. Also der macht sich wirklich hier hervorragend. Ja, und ich hoffe, er fühlt sich jetzt deutlich wohler wie alleine in den anderen Becken. Ja, hier wie gesagt, er wird begutachtet und gut zu erkennen, eine ganz helle Schreckfärbung noch. So ein großes Becken kennt er garantiert mich. Ja, das muss ich erst mal orientieren und schwimmt seinen Artgenossen hinterher. Sind ja auch Gruppentiere, von daher perfekt. Ja, ich bin froh, noch einen willkommen zu haben. Ich hätte auch gerne noch 10 oder 15 dazu gehabt, weil ich finde die wirklich sehr interessant und ganz toll. Leider gibt es sie nicht mehr allzu oft in der Aquaristik. Schon noch ganz selten auf der Liste, habe ich mir sagen lassen. Und wenn das nächste Mal welche kommen, sagt er mir Bescheid. Dann werde ich mir noch ein paar dazuholen. Ich finde die einfach klasse. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.